Bitcoin kennt zum aktuellen Zeitpunkt nur noch eine Richtung, wir hatten allein schon in den letzten paar Stunden über 10% an Kurssprung gesehen, was es mit dem aktuellen Preis auf sich hat. Mein konkretes Trading Setup zum aktuellen Zeitpunkt und mein exakter Fahrplan werden wir auf jeden Fall im Laufe des Videos besprechen. Ich habe mir wieder einige relevante Charts für euch vorbereitet, besonders auch für diejenigen unter euch, die vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt den starken Pump verpasst hatten. Da möchte ich auch nochmal auf etwas Wichtiges eingehen, ob man jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch schnell investieren sollte, mit FOMO in den Markt gehen sollte oder ob es vielleicht nochmal eine kurze Korrektur gibt, eventuell auf 30.000 US-Dollar, dass man nochmal billiger nachladen kann. All die Dinge werden wir im Laufe des Videos besprechen, ich habe wie gesagt mal wieder einige relevante Charts für euch vorbereitet, bleibt dahingehend auch unbedingt bis zum Ende dran, da gehen wir nochmal kurz auf den Ethereum-Chart ein, weil wir hier zum aktuellen Zeitpunkt extrem, extrem wichtige Widerstände nach oben hindurch brechen, also es wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, besonders weil sich hier momentan sehr, sehr gute Möglichkeiten bieten. Jetzt starten wir aber kurz hier mit dem ersten Chart bei Bitcoin und zwar seht ihr hier, wie wir wirklich, wie schon am Anfang erwähnt, aktuell nur noch eine Richtung kennen. Wir haben hier knapp die 38.000 US-Dollar angekratzt, also waren hier wirklich kurz davor und ihr seht es hier anhand den 4-Stunden-Kerzen, dass wirklich innerhalb von wenigen Stunden wirklich wieder hier viel Volatilität in den Markt gekommen ist. Und das Ganze gab jetzt hier in dem Fall einen bullischen Ausbruch, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall unbedingt hier auf gewisse Indikatoren achten. Ich habe es hier schon eingezeichnet, wir haben momentan im RSI auf 4-Stunden-Basis eine negative Divergenz, bedeutet wir haben einen positiven Kursverlauf, aber unser RSI gibt uns in dem Fall eine negative Divergenz, bedeutet wir haben hier einen klaren Abfall. Hier in dem Fall, ja, bevor hier zum aktuellen Zeitpunkt der starke Pump kam, hatten wir sogar nochmal eine deutlich stärkere Divergenz. Also ihr seht hier wirklich, wie der Kurs langsam, aber sicher nach oben konsolidiert, aber hier haben wir wirklich einen sehr, sehr starken Abfall im RSI. Und die negative Divergenz kann auf jeden Fall wieder ein Indiz dafür sein, dass wir kurzfristig mit Kursverlusten rechnen müssen. Ich werde gleich nochmal auf entsprechende Price-Targets eingehen, wo ich persönlich auch wieder mit Unterstützung rechne, beziehungsweise was auch mein aktueller Fahrplan ist, aber dass ihr hier einfach schon mal einen Einblick gewonnen habt. Ich möchte ganz klar darstellen, dass natürlich Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt nur wirklich straight eine Richtung kennt und dass das Ganze natürlich nicht nachhaltig in dem Tempo fortgesetzt werden kann, muss auf jeden Fall klar sein. Ihr seht es auch hier nochmal auf Tagesbasis, die negative Divergenz. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen zum aktuellen Zeitpunkt. Das wirft bei mir persönlich auch etwas Zweifel auf, ob wir hier wirklich in dem Tempo das Ganze fortführen, besonders mit der negativen Divergenz. Wir sind hier wahnsinnig stark überkauft im RSI. Wir haben hier teilweise Werte erreicht von knapp 90. Und das ist auf jeden Fall definitiv ein Indiz dafür, dass früher oder später eine Abkühlung eintritt. Ja, ist natürlich nur die Frage, wann wir hier schlussendlich bullische Price-Targets erreichen, Liquidität abschöpfen und auch wieder kurzfristig eine Gegenbewegung einleiten können. Aber soviel auf jeden Fall mal hier zu dem Chartbild. Ansonsten hier bestätigt sich das Ganze nochmal und es ist jetzt extrem, extrem wichtig für diejenigen unter euch, die entweder aktuell investiert sind bzw. Long-Positionen offen haben. Da stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Price-Targets, mit welchen bullischen Price-Targets können wir auf jeden Fall in naher Zukunft rechnen. Und natürlich müssen wir uns auch dementsprechend auf unser Worst-Case-Szenario vorbereiten, wann können wir wieder theoretisch neue Long-Positionen aufbauen oder sogar wieder neue Positionen für unser Spot-Portfolio aufbauen. Und dahingehend gibt uns dieser Weekly-Chart ein relativ klares Bild. Ihr könnt es hier wirklich gut erkennen, anhand dem Fibonacci Retracement, was ich eingezeichnet hatte, wird natürlich hier kurzfristig unseren historisch wichtigen Widerstand durchbrochen. Ich glaube, den habt ihr alle im Blick gehabt bei den 31.000 US-Dollar. Nichtsdestotrotz stehen wir jetzt hier an unserem nächsten Fibonacci Retracement-Level, bei dem 0,382er Level. Und ihr könnt es wirklich wunderbar erkennen, wie die aktuelle Weekly-Candle des 0,382er Fibonacci Retracement durchbrochen hat. Das ist ein wahnsinnig bullisches Signal, weil das Ganze schlussendlich so resultieren kann, dass wir hier zurückkommen mit einer kleinen Bestätigung und dann relativ schnell das nächste Price-Target ankratzen, was die 32.000 US-Dollar sind. Und das Ganze geht relativ gut einher, wenn wir hier beispielsweise, ich gehe hier nochmal zurück auf den vorherigen Chart, wir können nämlich hier vom Ursprung unserer Bull-Flag bis zum absoluten Top unser Price-Target bestimmen. Und wenn wir das Ganze hier einzeichnen, kommen wir auch hier ungefähr, je nachdem, wo man hier das ganze Price-Target ansetzt, auf den 31.000 US-Dollar. Also natürlich kann man das Ganze nicht hier für exakt genau nehmen, weil schlussendlich stellt sich natürlich auch die Frage, wo setzt man den Ursprung? Ja, ich könnte das Ganze theoretisch auch schon von hier unten ziehen. Dann hätte man hier auch wieder ein bullischeres Price-Target. Aber ihr seht auf jeden Fall, wie das Ganze ungefähr einhergeht mit dem 0,382er Fibonacci Retracement-Level. Und ist wie gesagt zum aktuellen Zeitpunkt extrem bullish, dass wir das Ganze mit der Weekly-Candle durchbrechen können. Was jetzt natürlich Worst-Case-Szenario wäre, dass die aktuelle Weekly-Candle, ja, also bis Sonntagabend, unterhalb den 35.700 US-Dollar schließt. Was dann auf jeden Fall passieren kann, dass wir hier quasi eine Rejection bekommen hatten. Ihr seht auch hier relativ gut, wie das Ganze in der Vergangenheit als wichtige Unterstützung gegolten hatte. Und das Ganze natürlich dementsprechend in dem Fall jetzt wieder als Widerstand wird. Das war auf jeden Fall hier das nächste wichtige Price-Target, nachdem wir die 31.000 US-Dollar hier durchbrochen hatten. Und genau aus dem Grund wird es jetzt auf jeden Fall relevant, wie die aktuelle Weekly-Candle schließt. Das ist jetzt für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Wenn ich hier wirklich sehe, Bitcoin pumpt immer weiter und weiter, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, neue Long-Positionen aufzubauen, sobald hier die Bestätigung kommt. Ansonsten wird sich mein kompletter Fahrplan ins Negative ändern, wenn die aktuelle Weekly-Candle unterhalb den 35.770 US-Dollar schließt. Weil dann haben wir auf jeden Fall eine klare Rejection erhalten. Wir kommen zurück, eventuell sogar nochmal hier auf unser 32.000 US-Dollar Level. Also das wäre definitiv auch eine Möglichkeit. Und genau aus dem Grund müsst ihr unbedingt die aktuelle Weekly-Candle im Auge behalten. Und genau so sieht auch momentan mein Setup aus. Besonders natürlich für Swing- und Position-Trades ist es auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, hier dieses übergeordnete Chart-Bild mit den Fibonacci-Tracement-Levels. Und wenn ihr zum aktuellen Zeitpunkt die ganzen Trades selber umsetzen wollt, kann ich euch nur BingX momentan empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil ihr hier aktuell noch die Chance habt, bis zu einem Ethereum zu gewinnen. Ihr habt quasi kostenlos die Möglichkeit, an einem Glücksrad zu drehen. Ihr müsst schlussendlich nur euch einen Account mit dem Link in meiner Videobeschreibung erstellen. Einfach hier auf jetzt registrieren klicken. Und wenn ihr sogar zusätzlich noch kleine Aufgaben erfüllt, bekommt ihr noch mehr Versuche. Ihr seht jetzt hier gerade mal 3.000 US-Dollar nur Trading-Volumen. Also Nicht-Einzahlung. Und bei 50 US-Dollar-Einzahlung, was man auf jeden Fall auch hinbekommen sollte, bekommt ihr sogar noch mal eine Chance. Also da habt ihr dann auf jeden Fall insgesamt einige Chancen, um hier wirklich bis zu einem Ethereum zu gewinnen. Also ich finde das Ganze wirklich sehr, sehr stark. Vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Preise anschaut, ihr könnt schlussendlich nur gewinnen. Ja, 5 XRP, ein Chainlink, 20 US-Dollar Trading-Bonus, 10 US-Dollar Trading-Bonus. Also ihr werdet hier garantiert mit irgendwas rauslaufen. Lohnt sich auf jeden Fall die aktuelle Aktion sich noch zunutze machen, wenn ihr noch keinen Account habt. Deswegen könnt ihr da angehen gerne den Link in meiner Videobeschreibung abchecken. Jetzt machen wir aber auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Chartbild. Und zwar wird es jetzt noch mal relevant, die aktuelle Liquiditätsmap sich anzuschauen. Einfach aus dem Grund, weil es uns da angehen gute Auskunft darüber gibt, wo sich der Preis in Zukunft noch mal orientieren könnte. Ihr seht hier, wir haben ein größeres Volumen-Cluster auf den 34.000 US-Dollar. Und es geht schlussendlich dahingehend wieder einher von der vergangenen Chart-Formation. Ihr seht hier, 34.000 US-Dollar ist ungefähr auf diesem Niveau hier. Also circa hier liegt noch mal sehr, sehr viel Liquidität. Und es kann auf jeden Fall gut sein, dass sie noch mal abgeschöpft wird. Einfach aus dem Grund, weil wir hier wirklich wahnsinnig viele Long-Positionen zum aktuellen Zeitpunkt natürlich im Profit haben. Short-Positionen werden zum aktuellen Zeitpunkt liquidiert ohne Ende. Aber so wie wir natürlich den Markt kennen, wird das Ganze nicht unbedingt nachhaltig sein. Einfach aus dem Grund ist es oft relativ typisch, dass einfach vorherige Positionen noch mal liquidiert werden und die ganzen Teilnehmer noch mal aus dem Markt gespült werden. Ist auf jeden Fall ein typisches Verhalten, weil schlussendlich viele sind zum aktuellen Zeitpunkt einfach im Profit. Man hätte einfach nur random Long-Positionen eröffnen können und wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt stark im Profit. Und genau aus dem Grund passieren oftmals noch mal kurzfristige Shakeouts. Das ist wahnsinnig typisch für Bitcoin. Kann ich euch auf jeden Fall aus Erfahrung sagen. Wir sehen es auch hier anhand vom letzten Bullenmarkt. Da hatten wir auch zwischenzeitlich immer wieder starke Shakeouts. Ja, das Ganze sieht jetzt vielleicht übergeordnet im Chartbild nicht sonderlich krass aus, beziehungsweise stark. Aber wenn wir hier das Ganze abmessen, haben wir immer wieder im Bullenmarkt zwischenzeitlich ja, Kursverluste gesehen von über 30%. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr typisch. Natürlich haben wir zwischenzeitlich diesen starken parabolischen Aufschwung. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall außer Acht lassen, dass das Ganze niemals in dem Tempo, wie es aktuell stattfindet, fortgesetzt werden kann. Natürlich kann es gut sein, dass wir neue Price-Targets sehen von 40.000 US-Dollar und höher. Aber beachtet auf jeden Fall, dass ihr zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit zu starker FOMO jetzt in den Markt noch investiert. Einfach aus dem Grund, weil es typisch für den Markt ist und besonders für Bitcoin, dass wir einfach starke Pumps sehen in kurzer Zeit. Dann das Ganze aber immer wieder genauso in die entgegengesetzte Richtung passiert. Wir bekommen Shakeouts. Ja, die Weekends werden wieder ausgespült. Also das ist einfach super typisch für Bitcoin. Und genau aus dem Grund behaltet das Ganze im Auge und geht auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit zu starker FOMO rein. Wir können natürlich so wie ich immer kurzfristig Long-Positionen aufbauen. Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Aber ich meine jetzt hier in dem Fall, was euer Spot-Portfolio betrifft, würde ich auf jeden Fall aktuell langsam machen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich früher oder später wieder bessere Einstiegsmöglichkeiten bieten. Ja, also es kann gut sein, dass wir hier vorherige Widerstände nochmal ankratzen bei 31.000, 32.000 US-Zoller. Ansonsten hier nochmal ein wichtiges Chartbild, was ich tatsächlich auch schon vor Monaten angesprochen hatte. Also ich hatte euch das Ganze auch schon gezeigt. Könnt ihr euch gerne anschauen in vorherigen Videos. Ja, gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Gerade hier Juni bzw. September hatte ich es auch nochmal angesprochen. Hier Ideal Buy for Investor. Und damals hatte ich auch schon gesagt, wie perfekt das Ideal Buy for Investor aufgeht. Wir sehen es hier anhand der 30er EMA-Linie, wie die als wichtigen Support gedient hat. Und auch hier wichtige Widerstände wurden durchbrochen. Und das Ganze resultiert jetzt hier in einem starken Abwärtstrend. Also wirklich 1 zu 1, wie in dieser Schematik hier. Natürlich ist es keine Garantie. Ist natürlich absolut logisch. Aber nichtsdestotrotz war das auf jeden Fall dahingehend damals schon ein starker Indiz dafür, dass wir uns auf jeden Fall wieder auf eine bullischere Marktsituation vorbereiten können. Also dass ihr da auch Bescheid wisst, dass das Ganze jetzt hier erfolgreich aufgegangen ist. Ansonsten hier im abschließenden Chartbild habe ich hier wie gesagt nochmal so das bärische Szenario aufgezeichnet, dass wir hier wirklich radikal stark ja diese Pumps nach oben bekommen hatten. Und jetzt hier natürlich trotzdem die Möglichkeit besteht, mit einem kleinen Shakeout nochmal eine Bestätigung sich zu holen. Gerade natürlich nach diesen beiden Tops. Und das wären dann auch wieder hier ja 31.500 US-Dollar und den 33.000 US-Dollar. Ist auf jeden Fall wieder ein Bereich, wo man langsam aber sicher neue Long-Positionen aufbauen kann. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall nochmal abschließend auf den Ethereum-Chart zu sprechen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier wahnsinnig wichtige Level haben. Und zwar müsst ihr hier wirklich verstehen, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ich das Ganze mal einzeichne, wir hier tatsächlich einen Bereich haben, der vergleichbar ist mit Bitcoin bei 32.000 US-Dollar. Also ihr müsst diesen wichtigen Widerstand, den wir hier bei Bitcoin hatten, den wir erfolgreich durchbrochen hatten, bei 31.000 US-Dollar, das ist exakt der gleiche Widerstand bei Ethereum, bei den 2.000 US-Dollar. Und exakt diesen Widerstand brechen wir zum aktuellen Zeitpunkt an. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, ob das Ganze hier wirklich nachhaltig in einem Breakout endet und wir hier wirklich dann wieder höhere Kurse sehen, Richtung 3.000 US-Dollar. Aber wenn wir auf jeden Fall hier das Ganze durchbrechen, erfolgreich, genauso wie bei Bitcoin, dann bin ich auch wieder hier bei Ethereum wahnsinnig bullisch gestimmt. Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir einfach abwarten. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr auch hier erkennen, unabhängig von dem Widerstand über uns, hatten wir hier auch wichtige Widerstandslinien, die wir zum aktuellen Zeitpunkt durchbrechen. Ihr seht hier diesen kleinen parallelen Abwärtstrendkanal, den wir auch hier wieder durchbrechen können. Und wir sehen auch hier langsam wieder, wie wir neue Hochs erreichen bei Ethereum. Und genau aus dem Grund bin ich zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr bullisch, was Ethereum betrifft. Und ich bin zum Teil auch gerade aktuell wieder am Umschichten von Bitcoin in Ethereum. Ja, also die ersten Bitcoin-Profits nehme ich mit, einfach aus dem Grund, weil ich die Korrelation erkenne und ich später auch denke, während dem Bullenmarkt, dass Ethereum Bitcoin outperformen wird. Und genau aus dem Grund sehe ich schlussendlich long-term mehr Potenzial für Ethereum. Und momentan ist klar zu erkennen, dass Ethereum zum aktuellen Zeitpunkt billiger dasteht wie Bitcoin. Und genau aus dem Grund mache ich mir die aktuelle Situation zunutze, schichte momentan um von Bitcoin in Ethereum. Also, dass ihr hier auf jeden Fall auch Bescheid wisst über meinen Fahrplan in Ethereum. Hier bieten sich jetzt auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt auch wieder sehr, sehr gute Chancen. Deswegen, wie gesagt, nutzt die Chance zum aktuellen Zeitpunkt. Erstellt euch einen Account mit dem Link in meiner Videobeschreibung, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat die ganze Analyse gefallen. Ich bin mal wieder hier sehr, sehr detailliert auf die Charts eingegangen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich dahingehend gerne einen Like und ein Abo da. Könnt man auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die aktuelle Situation einschätzt, wie ihr investiert seid und wie ihr denkt, ja, wie es die nächsten Tage weitergeht bei Bitcoin und Ethereum. Ansonsten könnt ihr dahingehend auch gerne in die Telegram-Gruppe kommen, da werde ich euch auch weiter auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Bitcoin- und Kryptoanalysen verpassen wollt, wie gesagt, lasst gerne dahingehend ein Like und ein Abo da. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.